Liebe Zuschauer, wir sitzen hier gemeinsam, Kai und ich, und wollen Ihnen gerne ein ganz tolles Gerät vorstellen. Und zwar geht es diesmal um einen Receiver, liebe Zuschauer, wo Sie auch ganz viel Speicherkapazität haben. Und was das Gerät noch alles mehr kann, das verrät Ihnen jetzt mein lieber Kollege Kai. Okay, dann tue ich das, Tschöner. Also, wir haben am 1. November auf HDTV umgestellt. Das bedeutet also für Sie, uns endlich gestochen scharf, wirklich so zu sehen, wie wir schon seit Anfang an produzieren. Jetzt haben wir aber gemerkt, dass einige unserer Kunden, nämlich Sie, noch keinen HD-Sat-Receiver haben. Und haben aber in den Wochen vor unserer Umstellung schon einige Produkte angeboten. Und jetzt bin ich einfach der Meinung, dass wir Ihnen mal zu Weihnachten ein richtiges Top-Gerät anbieten sollen, was von der Ausstattung her weit, weit mehr hat, als normale heutige HD-Sat-Receiver Ihnen überhaupt bieten können. Und das Gerät steht hier bei uns auf dem Tisch. Und das kann eben nicht nur über DVBS-2, das heißt über den aktuellen Satellitenstandard, Ihnen den digitalen Fernseher und das digitale Radio nach Hause ins Wohnzimmer bringen, sondern wir haben auch noch ein paar mehr Sonderausstattungen mit drin, die hochinteressant sind, weil sie nämlich zukunftssicher sind. Ja, wir hatten ja auch schon ein Gewinnspiel gemacht. Und da gab es bei Pearl TV die Möglichkeit, dass man Pearl TV an die erste Stelle positioniert. Und da hatten wir den HD-Sat-Receiver, wie du es ja eben gerade schon angekündigt hast, auch schon vorgestellt. Und da war natürlich die Nachfrage immer größer geworden. Und du hast dich schlau gemacht und hast das Ganze nachrecherchiert und hast noch mal was im Lager gefunden. Ja, ich habe nicht nur was im Lager gefunden, sondern Tatsache ist es eben, dass wir viele Kunden haben, die heute Pay-TV zu Hause haben und einfach sagen, ja, ich brauche heute eine sogenannte, also normalerweise ist es entweder eine Dreambox, die sie sich kaufen müssen, oder von einigen Markenanbietern, also HD-Sat-Receiver, die richtig ins Geld gehen. Und da habe ich gesagt, Moment, das geht auch günstiger zur Top-Qualität. Wir haben nämlich in diesem Gerät integriert, und das ist das Tolle, einen CI-Plus-Schacht. Aha, und wo befindet der sich? Der CI-Plus-Schacht befindet sich normalerweise, wenn wir hier mal aufdrücken, hier vorne drin, da ist er zu sehen, hier auch. Und CI-Plus bedeutet für Sie, liebe Zuschauer, dass Sie alle HD-Programme, die Sie sehen wollen, nicht nur die Pay-TV-Sender, sondern eben alle über den CI-Plus-Schacht besticken können. Das heißt, Sie sind heute auf dem neuesten digitalen Standard und können damit wirklich alles empfangen, was heute sozusagen verschlüsselt oder bezahlbar sein muss. Sie wissen das, bei Ihrem Anbieter müssen Sie dann 7, 8, 9 Euro zahlen, um die HD-Plus-Programme zu kriegen. Hier haben Sie den ganzen Komfort mit drin, das in unserer Digitalbox und das alles in einem Gerät zu unter 70 Euro. Das ist aber günstig. Und liebe Zuschauer, wenn Sie sagen, oh, ich möchte gerne meine Lieblingssendungen schauen, und zwar läuft die jeden Tag aber um 19 Uhr und da muss ich aber immer arbeiten. Das ist natürlich ärgerlich, aber da können wir was ändern. Was können wir ändern, Kai? Ganz genau. Wir haben in unserem HD-Sat-Receiver nämlich noch integriert eine sogenannte Aufnahme- und Wiedergabe-Funktion von TV, von Videos und von Fotos und von Musik. Das bedeutet also für Sie, Sie können über den USB-Schacht, den wir haben, also die USB-Schnittstelle, jederzeit entweder eine externe Festplatte bis 2 TB oder einen Stick bis 32 GB anschließen und dann eben über die sogenannte elektronische Programmführung einprogrammieren, was ich denn aufnehmen will, sparen Sie sich einen kompletten DVD-Rekorder und da kann ich Ihnen einfach nur sagen, das ist die weit, weit empfehlenswertere Variante, weil ich hier nicht irgendwann sage, ich habe bloß 500 GB in meinem DVD-Rekorder drin, mehr schaffe ich nicht drauf, sondern Sie bleiben da flexibel und können jederzeit sagen, ich habe mal eine kleine Serie aufgenommen, die nehme ich bekannt von mir auf dem DVD-Stick mit, oder ich habe eben eine große 1-2 TB externe Festplatte, mit der ich dann so viel aufnehmen kann, wie ich gerade lustig bin. Aha, und jetzt schauen wir uns doch mal das Gerät, jetzt fahren wir gerade mit der Kamera entlang, der ganzen Knöpfe und jetzt würde ich das Gerät gerne nochmal umdrehen. Lieber Kai, dann kannst du uns vielleicht auch nochmal erklären, was wir hier alles noch für Anschlüsse haben, weil ich sehe hier auch noch ein altertümliches SCART-Anschluss. Ganz genau. Ich biete deswegen Ihnen, liebe Zuschauer, den SCART-Anschluss an unseren Digitalbox immer noch mit an, weil wir viele Mails bekommen haben von traurigen Kunden, die gesagt haben, Leute, wir würden euch gerne über den Fernseher weitergucken. Wir haben aber leider Gottes keinen HD-fähigen Fernseher, sondern wir haben noch eine alte Röhre zu Hause. Das ist überhaupt kein Problem. Sie können natürlich unsere, tja, Digitalbox, unseren HD-Receiver auf jeden Fall mit Ihrem alten Fernseher verbinden, empfangen uns dann natürlich nicht in HD, weil Ihr alter Fernseher die Auflösung nicht hat, aber Sie können uns gewogen bleiben und weitergucken. Insofern denken wir natürlich schon sehr genau an Sie und da kann ich Ihnen nur sagen, wenn Sie jetzt sagen, HD-Sat-Receiver und Sie haben eine Satellitenschüssel auf dem Dach oder Sie wohnen zum Beispiel jetzt in einem 4-6-Mehrfamilienhaus, wo auch eine Satellitenschüssel mit einem Verteiler im Haus installiert ist, dann können Sie uns jetzt trotzdem gucken, wenn Sie dann nächstes Jahr oder vielleicht dieses Jahr zu Weihnachten vorhaben, sich dann einen HD-fähigen Fernseher zu kaufen, dann können Sie das später natürlich über unsere HDMI-Schnittstelle verbinden. Das ist ja sozusagen der digitale Nachfahre vom SCART-Kabel und dann ist das auch kein Problem. Damit kriegen Sie uns aber jetzt wieder, müssen Sie nicht im Internet auf Ihrem PC gucken, sondern haben hier mit unserer Digitalbox eben die Möglichkeit, uns trotzdem noch empfangen zu können und das, das ist auch für die Kunden wichtig, die es haben, eben mit dem C-Plus-Schacht, wo Sie jederzeit Pay-TV gucken. Genau. Und hier ist ein, warten Sie mal, da, ein USB-Anschluss. Ganz genau. Und das ist der USB-Anschluss, auf den ich vorher schon zu sprechen gekommen bin. Mit dem haben Sie eben die Möglichkeit, externe Festplatten oder USB-Sticks anzuschließen oder natürlich auch abzuspielen. Das ist natürlich kein Problem. Wenn Sie Musik drauf haben, können Sie das auch machen. Und daneben sieht man jetzt Video, Audio links, Audio rechts. Und das sind unsere sogenannten Audio-Ausgänge, mit denen Sie zum Beispiel Ihren HD-Receiver mit Ihrer klassischen Hi-Fi-Anlage auch noch verbinden können. Wenn Sie dann sagen, Sie möchten Digitalradio eben über Satellit hören, können Sie das über Ihre klassischen Heim-Lautsprecher auch machen. Damit verbinden Sie unseren Audio-Ausgang, Cinch-Weiß, Cinch-Rot, mit einem AUX-Eingang an Ihrem bestehenden Verstärker zu Hause. Und dann können Sie eben in CD-Qualität zu Hause eben auch noch über 400 digitale Sender hören, Radio. Genau. Und wie sieht das eigentlich aus, wenn jetzt gerade die Zuschauer noch eingeschaltet haben? Wie viele Speicherplätze haben wir denn für den Fernseher? Also wir haben, es werden pro Tag insgesamt im digitalen Fernsehen, kann man mal davon ausgehen, zwischen 12, 15, 20 Sender pro Tag weltweit mehr. Das muss man sich mal vorstellen, was da los ist. Wir haben hier 6000 Programmspeicherplätze. Das heißt, Sie sind für die nächsten 10 Jahre auf jeden Fall safe, weil jeden werden Sie nicht gucken. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, sich die so eine vorprogrammierte Programmliste so einstellen zu lassen, damit das komfortabel für Sie ist. Sie können es aber natürlich auch manuell machen, wenn Sie sagen, nee, also Perl TV HD ist mir auf Kanal 97 viel zu weit hinten. Ich möchte meine Lieblinge irgendwo auf 1 bis 10 haben. Können Sie das natürlich ohne Probleme auch machen. Sie können natürlich acht verschiedene Favoritenlisten programmieren, was auch selten ist, dass ich wirklich sage, ich habe zum Beispiel jetzt den einen Bereich Sportkanäle, den anderen habe ich Unterhaltung, den dritten habe ich Dokumentation. So können Sie das alles komplett machen. Und Sie haben sogar zehn frei programmierbare Timerplätze für den USB-Stick und für den Videorecorder. Das heißt, Sie können bis zu zehn verschiedene Dinge insgesamt aufnehmen, vorher einprogrammieren und dann sagen, das nimmt mir das Gerät dann irgendwann automatisch auf. Aber nicht gleichzeitig, oder? Gleichzeitig nicht, da bräuchte ich einen sogenannten Twin-Tune. Aber nacheinander, wenn ich die Sendung habe, kann ich das jederzeit aufnehmen. Das ist ja super. Das ist natürlich eine schöne Sache, liebe Zuschauer. Hier sehen Sie auch nochmal unsere Fernbedienung, die damit zugeliefert wird. Und ich finde es auch schön in diesem schwarzen Lack, das sehen wir jetzt hier vorne. Und es ist auch sehr edel gehalten, das heißt, es passt auch sehr gut in Ihre Vitrine, gerade wenn Sie unter dem Fernseher das schick, elegant verstecken möchten. Oder vielleicht auch sagen, nö, sieht ja schick aus, ich positioniere das direkt unter dem Fernseher. Man braucht ja jetzt keinen, normalerweise braucht man ja einen DVD-Player noch, den man noch dazu legt. Und das brauchen wir ja hierbei nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich habe natürlich alte DVDs zu Hause, die ich gerne noch gucken möchte, dann haben Sie entweder die Möglichkeit, dass Sie sagen, ich packe mir die komplett auf dem PC als Datei, spiele die also über mein Laufwerk ein und habe die dann sozusagen die Möglichkeit, die wieder auf den Stick zu ziehen. Ansonsten haben viele von uns den DVD-Spieler, den schließen Sie automatisch dann in Ihren Fernseher an und dann kann ich auch normal DVD gucken. Aber ich habe den Vorteil hier, alle Medien, die ich heute auf dem USB-Stick oder auf der Festplatte habe, und das werden immer mehr Menschen, weil heute sich jeder eine sogenannte Mediathek zu Hause baut, das heißt also eine Festplatte mit 1, 2, 3, 4 Terabyte, die ist dann vielleicht so noch intern ins Netzwerk integriert, das heißt über WLAN, dann kann ich eben heute sogar schon kabellos das alles streamen hin und her oder habe eben auf der Festplatte meine ganzen Filme und alles drauf. Weil viele von Ihnen arbeiten heute schon mit den sogenannten Videotheken übers Internet, wo ich mir die Filme downloaden kann. Dann brauche ich natürlich keine DVD mehr, das ist klar. Absolut richtig. Und wie sieht das aus mit den Kindern? Die schauen ja auch gerne mal über die Stränge und schauen dann doch, eigentlich sollen sie nur eine Stunde gucken, auf einmal wollen sie zwei oder drei Stunden schauen, wie ist das? Gibt es da eine Sicherung? Da haben wir den Riesenvorteil, wir haben wirklich die Kindersicherung hier integriert, und zwar für die Programme und für das Menü. Das bedeutet, wenn Menüstrukturen drin sind, wie zum Beispiel Einstellungen, die sie vorgenommen haben, dass da keiner drauf kann, können sie das für die Kinder sperren und sie können sogar klipp und klar sagen, die und die Programme ab der und der Uhrzeit, das ist alles einprogrammierbar, werden nicht mehr geguckt, weil wir die Kindersicherung drin haben. Finde ich auch sehr gut, weil viele Kinder heute nämlich ganz schön lange vorm Fernseher hängen, vor der Playstation, vor dem PC, haben da am Schluss viereckige Augen und das muss auch nicht sein. Und bis zu einem gewissen Alter muss man natürlich auch gucken, was denn so geguckt wird. Und da kann schon öfter mal was schief gehen, mit Albträumen, Nachts oder sonstigen Dingen. Deswegen finde ich so eine Kindersicherung sehr, sehr, sehr gut und die ist eben auch eingebaut. Ja, die ist essentiell, würde ich sagen. Und wie ist das eigentlich mit dem Stromverbrauch? Ist das ein energiesparendes Gerät? Ja, und zwar ist es deswegen energiesparend, weil wir ein sogenanntes Schaltnetzteil eingebaut haben. Ein Schaltnetzteil unterscheidet sich von einem normalen Trafo insofern, dass ein Schaltnetzteil sagt, ah, ich brauche gerade im Moment so und so viel Strom, dann liefere ich den. Wenn ich aber gerade weniger Strom brauche, regelt das Schaltnetzwerk zurück. Das bedeutet, ich habe immer nur den, sagen wir mal, Anspruch an Leistung, den ich brauche. Das bedeutet für Sie, dass es am Schluss energiesparender ist als jeder normaler Trafo im Gerät, weil dieses Schaltnetzteil eben sagt, immer nur so viel Leistung, wie benötigt wird. Das ist ja phänomenal, ist auch also noch eine schlaue Digitalbox, liebe Zuschauer. Kannst du bitte nochmal zusammenfassen, was wir hier alles dabei haben? Also jetzt so an Anschlüssen, meine ich jetzt gezielt. Also an Anschlüssen haben wir vor allem erstmal, das kann ich Ihnen vorne nochmal zeigen, hier eben unseren CI-Plus-Schacht, wo ich eben alles reintun kann, was ich für nötige. Dann haben wir hier auch noch unseren kleinen Schacht, wo ich eben normale Karten eintun kann. Und hier eben unsere Menüpunkte, mit denen ich programmieren kann, durch mein ganzes Menü seppen kann. Kanal plus minus, Menü, Lautstärke, lauter und leiser. Und jetzt drehe ich die ganze Sache einfach nochmal um. Da haben wir eben gerade zwei Anschlüsse noch nicht gesagt, die sind auch ganz wichtig. Danke dir. So, an-aus, ganz wichtig, natürlich. Wenn Sie sagen, Sie sind im Urlaub, machen Sie das Gerät komplett vom Netz. Dann haben Sie hier, sehen wir das schön, haben Sie den an-aus-Schalter. Da ist er. Genau, steht auch nochmal Power drunter. Dann haben wir hier unseren SCART-Stecker. Natürlich ganz wichtig für unsere Kunden, die jetzt sagen, Moment, ich habe noch keinen HD-Fernseher. Das haben wir Ihnen gerade erklärt, überhaupt kein Problem. Können Sie uns trotzdem weitergucken. Dann haben wir hier unseren Video- und unseren Audio-Ausgang. Wenn Sie jetzt zum Beispiel noch einen alten Videorekorder oder irgendwas haben, dieser gelbe Mono-Chinch, der war früher immer derjenige, mit dem man ein Video machen konnte. Und hier unsere beiden Audio-Ausgänge, mit denen ich mit einer klassischen Hi-Fi-Stereoanlage das eben verbinden kann. Dann kommt natürlich unser USB hier. Und mit dem kann ich eben externe Festplatten oder USB-Speicher-Sticks bis 32 GB anschließen. Kann darauf aufnehmen, kann aber auch abspielen. Genau. Und das alles in der Kombination mit unserem elektronischen Programmführer, wo ich das bis zu zwei Wochen voraus einprogrammieren kann. Und Musik kann man ja auch auf dem USB-Stick speichern und abspielen. Genau, kannst du auch. Alles digital im Medium. Hier kommt aber jetzt noch was ganz Interessantes. Und zwar haben wir einen sogenannten optischen S-PDIF-Ausgang. Wenn Sie heute eine Heimkinoanlage besitzen und viele unserer Zuschauer haben das, dann ist immer das Problem, wie kriege ich jetzt aus dem SAT-Receiver, weil viele Sender strahlen ja heute in diesem Dolby Surround, also 5.1, 7.1 ab, wie kriege ich jetzt denn bitte schön den Ton an meiner Heimkinoanlage. Und diese klassischen analogen Chinch-Ausgänge, die gibt es heute eigentlich nur noch bei Hi-Fi-Anlagen. Bei den aktuellen Heimkinoanlagen wird das immer weniger, weil da geht man den digitalen Weg. Und deswegen haben wir hier einen sogenannten optischen Lichtleiter, Digitalausgang, der Ihnen aber in 5.1, also in Dolby Surround oder in 7.1, je nachdem wie es ausgestrahlt wird, digital den Sound von Fernsehen, also vom Fernsehprogramm, an Ihre Heimkinoanlage weiterliefert. Und natürlich unseren Eingang für unser Satellitensignal und einen Ausgang, falls Sie noch ein weiteres Gerät mit durchschleifen wollen. Das heißt, wir sind hier perfekt ausgestattet. Das zu einem Preis unter 70 Euro. Gucken Sie bei der Ausstattung bitte mal, wenn Sie von Klassikern wie eben Mitbewerb-Katrain oder all solchen Herstellern bitte schön da die Preise sind. Da werden Sie staunen, wie weit wir hier drunter liegen. Genau, Sie werden staunen. Und das Besondere ist ja, wir haben für Sie das Ganze nochmal über 50 Prozent reduziert. Deswegen ist der Preis jetzt unter 70 Euro angesiedelt. Und so günstig bekommen Sie so eine tolle Digitalbox nicht nochmal, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Hier bei PörTV können wir es möglich machen, denn bei uns putzeln immer die Preise. Und das ist ja auch eine schöne Angelegenheit zu Weihnachten, wenn Sie noch ein schönes Weihnachtsgeschenk brauchen oder zum Nikolaus. Dann ist das genau das Richtige. Und wir sagen Ihnen auch nochmal die Bestellnummer. Das ist die PX 9879 und die 569, liebe Zuschauer. Und das kriegen Sie alles natürlich unter altbewährten Telefonnummer 080 51 51 3x2. Und wie Sie jetzt hier auf dem Foto auch sehen, schön sehen können auf unserem Einblender. Wir haben so ein metallikblaues Display. Das sieht natürlich durch dieses Klavierlack schwarz von der Oberfläche auch super edel aus. Das ist also auch ein Hingucker. Und das kann man eben wunderschön zu Hause auch natürlich so drapieren, dass es gut aussieht, hatte Gianni ja gerade auch gesagt. Fernbedienung, Batterien und die deutsche Anleitung kommen natürlich im Paket zu Ihnen nach Hause. Wir können Ihnen bloß sagen, schlagen Sie zu. Wir haben 1800 Stück auf Lager. Denken Sie mal bei 52 Millionen Haushalten in Deutschland. Das ist nicht viel. Also greifen Sie zu. Und sind Sie vielleicht vor Weihnachten auch schon mit uns in HD unterwegs. Absolut. Wir produzieren in HD, liebe Zuschauer, extra für Sie, damit Sie uns gestochen scharf sehen und damit Sie auch zu Hause das Kinofeeling erleben können. Sie können natürlich auch Ihre Musik hierüber abspielen lassen. Das haben Sie ja gerade auch von Kai gehört. Und deswegen sollten Sie jetzt ran ans Telefon gehen und bestellen, damit Sie in Zukunft wirklich tolle Filme genießen können. Und falls Sie keine Zeit haben, Ihre Lieblingssendung zu schauen, weil Sie unterwegs sind, dann können Sie die natürlich auch über den USB-Stick aufnehmen lassen. Also ran ans Telefon und viel Vergnügen. Anrufen, genau.